Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Grow Song of the Abertree. So, wir haben die letzte Folge aufgehört mit, wir müssen hier mehr, ne? Hier, Liedfragment, zack, hau mal rein. Haben wir, machen wir, kriegen wir blaue Tapete für, haben wir ein paar eh in Alambic reingeschmissen für klebrig. So, haben wir das, dann machen wir hier mal weiter, da haben wir auch nochmal. Weil wir müssen das ja auch zurückbringen dann zum Baumherz. Tanzende Bohnen, schöne Blumen. Brezelherz-Dekoration, sehr schön. So, und dann ist noch irgendwo einer, den ich gerade nicht sehe. Da unten ist er, reine Perfektion, erschaffe drei perfekte Weltsamen. Haben wir, kriegen wir Blumenauslage, Pilzlaternenmast. Ach, wie schön. Okay, dann in der Stadt haben wir natürlich auch ein bisschen hier, nimm an Festlichkeiten teil, haben wir gemacht. Kriegen wir grüne Tapete für. Kriegen wir sonst noch irgendwas? Nein, da ist es immer grüner. Ich dachte, das hätten wir schon, aber es sind halt vier da. Ah, psychodelische Tapete, sehr schön. Sehr gut, das brauchen wir dann hier nochmal einen weiter stoppen, shoppen bis zum Unfall. 70 Gegenstände kaufen, haben wir auch. Oh, da kriegen wir 200 Biora für. Können wir machen. So, dann hier wieder raus, dann weiter Gemeinschaft. So, erhöhe die Harmonie, Waldregion auf 100, haben wir geschafft. Da kriegen wir Schubkarre, bezaubernde Blumenkampf, nochmal Brezel-Dekoration. Hammer-mäßig, sonst noch irgendwas hier. Nein, dann sind die anderen beiden da. Ja, genau. Waldregion, Harmonie, rosa, klassischer Schnurrbart. Pateletten, weißt du, jetzt kriegen wir die Bärte. Jetzt kriegen wir, jetzt kriegen wir die Mustache, die wir vorher alle nicht gekriegt haben. Lass uns hart arbeiten, um Alaria zu einem Ort zu machen, den alle besuchen wollen. 200 Besucher, kriegen wir 10 nachgiebig. Okay, ja, sehr schön. Dann Bau, haben wir hier. Nächste Seite, Repariere, Insel, Schauplatz, Docks, haben wir. Wüstenrote Tapete gibt es dafür. Oder rote Wüstentapete. Ernte, ja, haut ihr mal 200 Käfer hinter die Binde, glaube ich, war es. Wo ist es? Da ist es, genau. Entomolog, Insektenkunde. Entomologie, ist doch gar nicht so schwierig. Krötenkontaktlinsen, hervorragend. Und Blaupausen haben wir einen neuen gekriegt. Wow, was dürfen wir jetzt bauen? Wir dürfen das Badehaus bauen. Mensch, endlich. Hervorragend. Und Errungenschaft auf Steam freigeschalten. Blaupausenboss. Warum haben wir alle Blaupausen? Wir haben alle Blaupausen. Ich dreh ja durch. Da guckt da mal einer. Boah, immer Kinder müssen wir noch ein paar finden, ne? Da müssen wir noch ein paar. Okay, wir haben offensichtlich 35 und wir haben nur 15 angeheuert. Irgendwas läuft hier schief. Fairer Handel. Tausche. Okay, immer Münzen. Ja. Aber wir haben natürlich noch mehr gemacht in der letzten Folge. Wir haben ja einen perfekten Weltsamen erschaffen. Weil wir genug lebrig verdammt. Wir sollten vielleicht erst schlafen und dann das hier hin. Geh pennen. Sehr schön. Geh schlafen. Mach das. Hast du gemacht. Sehr schön. So. Was hast du Neues für uns? Hallo? Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Jawohl. So. Sehr gut. Wiesenquartiere, Ebenen, Wald. Da müssen wir natürlich noch. Da kommen heute auch drei Leute an. Sehr schön. Aber bevor wir da jetzt irgendwas machen können, tun, werden, werden wir uns auf die Rosy schwingen. Im bescheidensten Wetter bei Grow. So. Und dann gehen wir nach oben. Und dann ist die Frage, wo wollen wir, ich würde sagen, wir klatschen die hier unten hin. Da, wo unsere erste Welt war, oder? Hier. Ja, ich finde das schön. Ich würde das gerne haben. Bitte geh hier hin. Bitte geh hier ran. Und. Hau dir den perfekten Samen rein. Zack. Haben wir. Bam. Okay. Stinkend. Klebrig. Matschig. Ja. Und genau so sieht die Welt auch aus. Ja. Pfui. Iiiiih. Das ist keine schöne Welt. Ich weiß, wir brauchen die, aber hübsch ist die nicht. Da schon wieder Augen. Überall Augen, ne? Boah. Richtig die Frage, ob jetzt hier auch. Näää. Bäää. Bäää. Das ist schon Bäää. So. Bäää. Sogar die Steine gucken einen an. Iiiiih. Ich fühl mich beobachtet. Mag ich überhaupt nicht. Warum hab ich mich dafür entschieden, leer zu werden? Magst nicht, wenn mir Leute zuschauen. Stachel. Gummiartig. Mh. Du hast aber einen schönen, gummiartigen Stachel. Können wir den aufheben? Steinplatte. Luft verpestend. Ah. Okay. Ja. Sehr schön. Sehr. Ach. Pui. Abfall. Gelatineartig. Sehr gut. Danke. Hier. Diesmal. 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 Können wir hier nicht gleich irgendwas bitte ansingen? Ich würde so gerne. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Oh. Bitte. Danke. Ja. Bäää. Ikiittigit. Ikiittigit. Also ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo hingehe, wenn hier eine Höhle entsteht. Muss ich, muss ich jetzt fairerweise sagen. Das ist ja ekelhaft. Bam. So, ich versperre die Sicht. So sieht's aus. Okay. Mäulchen und Brunnen gab's. Wenn wir hier durch, hier durch. Immer schön dann. Wir mähen einfach mal erst durch. Einfach mal erst durchmähen und dann. Okay. Haben wir dann jetzt alles gemäht? Haben wir dann hier Hammer raus. Auch okay. Pflanzt gleich. Ich. Ah. Ja. Sing. Sing. Man muss ja, man muss ja hier jedes Leben, ne? Egal wie eklig das ist. Boah. Oh, ho, 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 ho. Iiiiih. Über das überall riesige Augen und gefräßige Münder. Ja. Wir essen bei die Kennedys. So. Hüpp. Hüpp. Okay, haben wir dann hier rüber. Boah, die Pflanzen sind auch, ne? Die sind auch nicht, die sind auch nicht schön, ne? Die sind auch nicht schön. So. Und das ist also eine perfekte Welt. Mhm. Wir sollten vielleicht bei den, äh, Immerlingen nochmal in die, in die, in die Ding reingehen. Und diese eine Höhle, wisst ihr, wo ich meine? Ja. Das sollten wir vielleicht mal machen, weil vielleicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht ist das so ein Indikator für die Welten, die man so erschaffen sollte. Äh, hallo, sing. Sing bitte. Hier oben, du, glaube ich, dich muss ich nicht besingen. Nein, dich muss ich nicht besingen. So, hier, hau mal den nochmal weg. Da ist richtig viel zu tun auf der Welt jetzt, ne? So, hier, gieße, singe. Dann geh hier hin, pflanze. Pflanze. Ja, guck mich ruhig an, schiel mich, schiel mich doch an, was soll es? So, hier, gießen, 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 und hier auch nochmal. Haben wir es dann geschafft? Nein, haben wir nicht, weil da oben ist auch noch was, was wir pflanzen und begießen müssen. Und da oben ist eine Rosi. Ach, hier hinten ist noch so eine Ekelpflanze, schaut mal. War es das dann, oder? Offensichtlich nicht. Okay, sing. Auch nicht. Äh. Ah, guck mal hier. Da hat sich doch nochmal einer. Jawohl. A-Pflanze und A-Gieße. Und A-Singe. So. Dann haben wir das soweit. Das ist wirklich keine schöne Welt. Tut mir leid. Gefällt mir überhaupt nicht. Und ich finde Rosa so ein... Nein, da hinten haben wir das Zeug vergessen. Na, jetzt ist weg. Verdammig. Naja, passiert. Da oben hast du gesagt, da muss noch gearbeitet werden. Da gehen wir mal hin. Da gehen wir mal hin. Und dann gucken wir mal. Ah ja, okay, da hinten, ja. Ja, 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 sehr schön. Aber da können wir jetzt ganz viel singen und so. Ne? Du hast aber einen buschigen Schwanz. So. Da, la, 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 la. Dann hier hin. Hier hin. Gießen. Sichel raus. Gib ihm. Gießen. Gießen. Hammer raus. Hammer raus. Pflanzen. Gießen. Gießen. Hier hin stellen. Singen. Sehr gut. Wow. Da fallen ganze Betten aus den Bäumen. So muss das wohl. Okay, hier hin. Danke. Dann hier. Halt. Nein, nein, nein. Das will ich nicht. Das will ich. So. Dann hier. Dann hier. Okay. Da singst du mir schon wieder einen. Sehr gut. Hier hin. Hier haben wir schon. Hier. Wollen wir nicht. Hier können wir. Geht das bis da runter? Natürlich nicht. Wer hätte es gedacht? Also jetzt nochmal. So. Hier rüber. Hier rum. Hier lang. Hier hin. Hier pflanzen. Ja, hast du es jetzt dann? Ich bin ja froh, dass du mit deinen Kindern wieder unterwegs sein kannst. Aber musst du das jedem auf die Nase binden. So. Hier. Und hauen wir mal drauf. Jawohl. Gab es da was Neues? Da gab es nichts Neues. Dann brauchen wir hier. Begieß kann. Hau drauf. Sehr schön. Da haben wir schon. Da haben wir auch relativ viel. Da auch. Hier auch. Bitte nimm. Okay. Dann haben wir das wenigstens. Glaube ich. Okay. Ich glaube wir gehen da nochmal. Einmal nochmal nach oben. Mal. Mal kicken. Nicht, dass wir da noch einen Vergesser haben. Eigentlich nicht. Eigentlich haben wir hier nur Steine vergessen. So. Wir waren ja schon oben. Aber vergessen, was ich die letzten 30 Sekunden getan habe. Ganz klar. Wer kann sich denn das alles merken? So. Hier bitte. Hier bitte. Sehr schön. Hier bitte singen. Ja. Da kommt was. Sehr schön. Dann hier raus mit dem Hammer. Raus. Nicht mit. Nicht hier. Mensch. Hier. Hau rauf. Sehr gut. Mach das so. Gieß das nochmal ein. Gieß das ein. Und dann. Hau drauf. Jawohl. Ich bin ganz nah dran. Ich bin so glücklich, dass ich ganz nah dran bin. So. Hier nochmal. Hier nochmal. Hier nochmal. Dann hier hin. Dann bis auf. Auf. Jawohl. Dann euch. Okay. Jetzt bin ich. Jetzt. So. Haben wir. Haben wir. Haben wir auch. Dann nochmal singen. Okay. Haben wir auch. Nuss. Nett. Aber nette Nuss. So. Ja wenigstens beißt sie nicht. Oder positiv. Sing bitte. Danke. So jetzt die große Frage. Wo fehlt es noch? Wahrscheinlich fehlt es oben. Wahrscheinlich fehlt es oben. Ja da sehe ich doch schon. Die strahlen. Den Himmel. Hier. Dankeschön. und hier natürlich auch und dann hier natürlich auch und dann das natürlich auch weg. Auch direkt nochmal eingepflanzt und angegossen hier hingestellt. Und dann verwöhnt mich. Sehr schön. Hervorragend. Haben wir geschafft. Ja das war es für heute. Danke lieber Alambic. Danke. Hast du mir das mitteilt. Step. Und jetzt hier runter. Und jetzt müssen wir davor. Aber da vorne ist ja. Hier. Haben wir. Raupe nach. Warte. Ganz leise. Haben wir. Milbe schön. Okay hatten wir aber auch schon. Ähm. Wir müssen noch hier vor. Denn hier vorne war irgendwo da besser. Du bist es. Jawohl. Genau. Mit dir wollen wir spielen. Spielen. Da haben wir fast die Maus wieder abgehauen. Ja. So ein feiner. Und nochmal spielen. Ja. Und. Bauch streicheln. Sehr wohl. Aber für den müssen wir glaube ich nochmal wiederkommen. Weil da habe ich mich einmal verklickt. Ja. Richtig. So. Du möchtest. Spielen. Ich spiele mit dir. Komm her. So ein richtiger Odi irgendwie. Bauch streicheln. Kannst du haben. Gerne. Hier einmal schön Bauch streicheln. Jawohl. Und dann nochmal spielen. Ja. Richtig schick. Okay. Und dann können wir dich. Fluff köstlich. Penny. Maya. Rusty. Millie. Duke. Bailey. Bear. Rufus. Monty. Maya. Harley. Rusty. Lulu. Lexi. Cisco. Archie. Archie ist ein schöner Name oder? Doch der sieht aus wie ein Archie. So. Wir bestätigen das. Und dann wollen wir in der. Wiesing Quartiere. Genau. Da haben wir nämlich hier. Oder. Arthur's Farm hat auch noch Plätze. Ich dachte Arthur's Farm ist schon belegt. Und dann hier hin. Und dann. Gibt's nicht mal ein Miura. Dafür hervorragend. Sehr schön. Aber wir können. Natürlich. Können wir. Hier. Rosie rufen. Rosie. Komm nochmal. So. Dann haben wir das. 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 Und das. Und dann können wir hier. Zu jenem Naturschutzgebiet. Da können wir uns jetzt nämlich. Schick eindecken. Dankeschön. Dankeschön. Die Herrschaften. Jawohl. Okay. Wow. Da gibt's ne Menge. Und Rosie. Oh Rosie. Oh Rosie. So. Und dann hier runter. Wollen wir auch. Sehr schön. Dann einmal dahin. Samen gelassen. Okay. Naja. Warum nicht. Hey. Läuft doch. Läuft doch. Ranke gut. Klingt laut. Gewöhnlich. Mhm. Okay. Fange 50 Fische. Ey. Wir können direkt nochmal einfordern. Oder was? Hier. Mach mal. Zack. Ernte 50 Fische. Hier. Hier. Fische können ziemlich klitschige kleine Biester sein. Zeig ihnen. Wer der Boss ist. Natürlich. Lavendel Haarfarbe. Oxygene Haarfarbe. Okay. Haben wir. Ichi. Ichi. Jolo. Fischkunde. Okay. Fange 100. Dann sind wir hier. Da ist nochmal so einer. Da ist. Wir müssen da nochmal rein. Steinplatte. Seenruhe. Nial. Tierchencenter. Komm mal her. Da haben wir wieder. Wir nehmen gleich wieder alle drei mit. Warum? Weiß ich nicht. Einfach weil wir es können. Würde ich jetzt mal sagen. War es sich hier noch irgendwo Miura versteckt? Nein. Okay. Dann hier raus. Dann hier raus. Und dann hier. Weiß. Oh. So einen kleinen Bach. Auch schön. Auch schön. Und dann drücken wir hier mal auf. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Braucht ein Zuhause Adder. Was willst du? Badehaus. Du willst ein Friseur. Gast wird. Bist ja. Tierchensender. Adder braucht ein Zuhause Adder. Arbeit. Badehaus. Ja komm hier. Ja komm Adder. Hier ne. Großes Haus. Ne. Kaffee. Hier. Großes Haus. Zack. Da. Einziehen bitte. Adder. Danke. Okay. Haben wir. Da ist nur noch ein Kaffee. Wir haben aber niemanden, der da arbeiten möchte. Nein. Haben wir nicht. Okay. Dann müssen wir hier mal auf Bauen gehen. Hier. Restaurant. Friseur. Blumenladen. Bäckerei. Gast. Taverne. Gemischtwaren. Tierchen. Stadtgarten. Farm. Tempel. Bibliothek. Picknick. Teich. Tempel. Nein. Schneider. Friseur. Okay. Wir können ein Ding nicht bauen und das ist nicht das Badehaus. Wir haben das Badehaus doch freigeschalten. Badehaus. Da ist es doch. Ja und so winzig. Find ich gut. Find ich gut, dass das so klein ist. Könnte man aber hervorragend. Schön, dass da jetzt Äste im Weg sind. Das freut mich ungemein. Äh, man könnte es natürlich so umdrehen. So. So könnte man es umdrehen und dann könnte man es hier dem Caféhaus gegenüber stellen. Oder hier hinten rein klemmen. Ich würde sagen, wir klemmen es hier hinten rein. So. Zack. Mache er. Hat er. Angestellte. Nein. Hier. Verwalten. Badehaus. Angestellter. Hier Adder. Hervorragend. Adder. Traumjob zugewiesen. Hervorragend. Dann hier wieder raus. Ja. Adder gehört jetzt zu Inselschauplatz. Okay. So. Hier rum. Hier rüber. Und ich würde gerne noch ins... Äh. Weiß nicht warum. Aber ich glaube nicht, dass wir da rüber segeln können. Warum auch? Warum auch segeln? Warum segeln, wenn man fliegen kann? Verdammte Axt. So. Dann hier rüber. Wo sind die? Da sind die Wiesenquartiere. Die riesen Wiesenquartiere. Dann einmal hier hin. Dann hier hoch. Dann haben wir hier... Ein zweier Haus. Da haben wir ein dreier Haus. Das bedeutet, wir könnten... Wer wohnt da drin? Clara und Kotzi. Okay. Dann gehen wir hier hin. Halt. Nein. Falsch. Ach, verdammt. Clara. Du, die. Die hat 100 Probe davor nicht zu uns gehört. Da bin ich mir fast sicher. Hier, verwalten. Zack. Suji. Suji, die möchte im Café arbeiten. Hat das Café überhaupt noch einen Platz? Hat das Café noch einen Platz? Wo ist das Café? Kleines Haus, kleines Haus, kleines Haus, kleines Haus, großes Haus, Bäckerei, Café. Oh, geh mal hier hin. Zack, mach hier. Verstärkung gesucht. Ja, danke. Hier hin. Hier hin. Hier hin und dann ganz oben Sujin. Die ist jetzt nicht besonders gut in dem Punkt, aber hey. Ja, wenigstens drei. Wir müssen eh noch gucken, was... Wir müssen ja sowieso noch gucken, hier Kit. Was wollte Kit denn eigentlich? Kit ist Barista und wollte Friseur sein. Haben wir hier nicht den Friseur hingebaut? Schneider. Wir haben hier gar keinen Friseur. Verdammte Akte. Okay, wir haben das. Wir haben das. Wir haben den. Wir können jetzt den hier niederreißen und können dann die... Verdammt. Wie hieß sie? Nicht Clara, sondern... Verdammt. Kotzi. Kotzi könnten wir dann da wieder reintun. Also wir können den jetzt überbauen. Packen wir uns den. Dann löschen wir den. Beziehungsweise wir setzen den wieder hin. Dann habbern wir da drüber. Dann so. Dann bauen. Und dann... Verdammt. Ja, großes Haus. Müssen wir ja. So. Und dann shit. Verdammt. Verdammt. Okay. Dann das Wecht hier hin. Teilstück Weg löschen. Großes Haus. Die dreht hier hin. So. So. Sehr schön. Dann den Wecht. Dann den gepackt. Und... Die dreht und hier runtergestoben. So. Das sieht auch deutlich besser aus. Genau. Und dann können wir hier über Verwalten dieses Haus Bewohner. Da kann dann die Kotzi einziehen. Genau. So. Richtig. Und dann können wir... Nicht nur die Kotzi da einziehen lassen. Sondern auch noch andere. Und können hier mal die kleinen Häuser langsam... Gegen größere Häuser austauschen. Und dann kriegen wir hier vielleicht auch noch irgendwo ein Badehaus hin. Das wäre doch mal eine... Ideale Sache. Würde ich jetzt zumindest so vor mich hin... Lamentieren. So. Hier rüber. Hier runter. So. Gute Arbeit. Sujin. Ja. Sehr schön. Das... Freut mich ungemein. Wenn ich ehrlich bin. Ah. Was willst du denn? Kadmus. Komm. Hier. Gesunde Portion Kritik von Stadtbewohnern bekommen. Und möchte mich revanchieren. Kannst du mir... Lohn in der Tour. Naja. Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Ähm. Ja. Komm gut. Dann. Adieu. So. Du kannst die Leute nicht ständig kackt bewerfen. Nur weil sie dir auf dem... Ne? Aber er ist halt so. Was soll man machen? Was für ein wunderschöner Krimbad und was für ein hervorragender Gang. Können wir auch so langsam gehen? Nein, können wir nicht. Gerade. So. Und dann haben wir was noch zu tun? Eigentlich momentan gerade gar nichts. Wir können natürlich... Da ist er. Da ist Archie. Tierchen gewöhnlich aus Acker-Schenantina-artig. Sehr cool. Freut mich voll. Finde ich voll gut, ey. Und so. Ach ja, genau. Ich weiß, was wir noch tun könnten. Aber das... Ja, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Das bedeutet, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen... Was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst es zu bewerten. Bis dahin. Und ciao.